Faschan, Aussteigen, Motor aus Die Humvees rücken vor Das LKW-Team geht zu Fuß Wir steigen auch aus Hier eins, es ist ein Feind gewesen, der da gefallen ist, ist doch keiner von uns gewesen 1 Grad Im Flussbett gesprmarkets 1 1 2 5 1 1 1 2 3 5 1 1 also ich sehe keinen mehr im flussbett hier alpha 3 bewegen uns querfeld ein auf die tankstelle zu alpha 2 beweg dich vorwärts weiter rauch linke seite die alpha 1 sollen wir auch durchs flussbett vorrücken positiv an die crow haben wir es nochmal mit thermales flussbett abchecken wir haben glaube ich noch richtung nordosten noch irgendeinen feind 2 richtung nordost den feinen flussbett wo der rauch ist unterdrücken also holz rein das geht drei seite schon an der tankstelle ja 3 ist in der tankstelle haben wir erst mit der leite schon ausgestanden da ist noch einer aus ins flussbett gekommen verstanden 1 aufrücken auf richtung 3 ist in der tankstelle noch eine hier ist zwar nicht nordost das ist nordost hier 1 haben wir oder zu fuß vorrücken einer hat sich hingeworfen eventuell ich weiß nicht ob der tod ist den anderen habe ich auf jeden fall dann gehen wir jetzt rüber 3 rückt jetzt noch ein schick mehr an die tankstelle medic kommt mit zu fuß 3 wie weit seid ihr von der tankstelle weg zu verstanden hier 1 und da haben wir gibt deckung hier 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 Die anderen sind irgendwo beim Flussbett, einfach Richtung Tankstelle. Okay, wo ist die Tankstelle noch? Einfach durch die Wand schießen, das geht doch auch. Also jetzt hier durch den Fenster, das ist ehrlich. Noch kurz checken. Hier Alpha 3 an alle, Tankstelle sieht soweit gesichert aus, kein Feinkontakt mehr in der Nähe. 2 an 6 haben die erste Mauer vom ersten Griff erreicht. So wird dann. 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 1 sind was ich an der Mauer. Das ist verstanden. Alpha 3 an alle, Tankstelle, gab ungefähr 6 Explosionen, aber die Zappsäulen sind noch intakt. Okay, 3 an alle, habt Kontakt mit feindlicher Patrouille in Richtung Nord-Ost, wurden bekämpft. Hier, 6 an alle, irgendwo in Deckung gehen, Gebiet beobachten, nicht direkt an die Tankstelle stellen, vielleicht noch mehr Sprengkörper. Alpha 1, verstanden. Das Gebäude, wo man rauf kann, ist ja 140. Na, links neben uns kommt man auch hoch. Egal, wir sind jetzt hier und wir hatten noch weitere Umbefehle. Schlimm ist ja, wir müssen wieder ganz zurücklatschen. Ups. Oder ich schick die beiden. Hier Alpha 1. Äh, Status. Sollen wir jetzt angreifen oder noch die Stellung halten? Negativ, wir haben Mörsebeschuss, weg von der Tankstelle, weg von der Tankstelle. Alpha 1, verstanden. Was ist denn das? Äh, hier Alpha 3, James. Äh, wir haben unseren Leader verloren. Phantom X ist tot. Weg von der Tankstelle, weg von der Tankstelle, Mörse. Gebt denn das? Und, ich hab noch meinen Schützen verloren. Oh, Mann. Ja, schön, weg. Nächste Mal wieder ein Gehöft weiter, oder bleiben wir hier? Ja, wir ziehen uns um ein ganzes Gehöft zurück. Ich wünsch euch noch einen Abend, bis dann, tschüss, tschüss. Das klingt ganz schön laut. Äh, Alpha 1 an 6. Ich glaub die Tankstelle ist gerade in die Luft geflogen. An 6, so verstanden. 6 an 2, holt eure LKWs. Ähm, an alle anderen. Wir treffen uns östlich von der Tankstelle. Alpha 2 bestanden. Alpha 1 bestätigt. 2 ein 5, schuldigung. Kodia, läst du den LKWs. Ja, ich beweg mich mal mit, äh, 2 mit. 3 ein 1. 7, die Anbieter sind neben dem LKWs. 4 ein 1, die Anbieter sind neben dem LKWs. 1, die Anbieter sind neben dem LKWs. 0,5. 1, die Anbieter sind neben dem LKWs. 4, aufzulegen. Okay, weiter, LKWs, ihr fahrt ganz hinten, ich buden mich dazwischen, das viertes Fahrzeug Über zwei, verstanden, bleibt ganz hinten Okay, fahrt Wird mich der Sunny-Fahrzeug überholt? Upsa, negativ, Sunny-Fahrzeug existiert nicht mehr Verstanden, drei hier ein, wir fahren mit Co Superstar Hier, Alpha-3, sind jetzt vor dem Waypoint, werden jetzt ganz langsam mit ca. 20-30 die Straße entlang Richtung Westen fahren, over Sex, zu verstanden, go Feuer frei auf alles, was im Wasser ist Wenn du durch die Ampys durchschießen kannst und schießen kannst, dann sind wir ab Jo, ist gerade kein Feld frei Am Gegner Achtung, sie sind zu, wir sind dabei Ich geh gar nicht Ich geh gar nicht Das war's. Und soll ich kurz rausrufen, weil wegen Medic? Ja, ich gehe auf den Scanner dann Verstanden, rückenweil des Fußfurt So, was kann der Mix? Deck mich, ich komme mich nicht Okay, ich gehe An alle Einheiten, sobald ihr irgendwas seht, unterdrückungsfeuer Wenn ihr Schüsse hört, unterdrückungsfeuer Warte mal, wir müssen uns decken Auch sind wir in dem Park Ist eh egal, ich habe auch keine Munition mehr Deckung, muss nachladen 6 und 2, auf unsere Position gefordert Verstanden, gehen links von euch entlang Achtung, Alter, von irgendwo kommt immer noch Beschuss Leute, was für ein Kanada-Deal? Willkommen zurück Kann ich nochmal das Reifen hier, das vordere Reifen wegziehen, wie gesagt Liegen? Kann mir einer kurz Info geben, muss ich dann ab Nicht viel mehr als die, wo du gestorben bist, also dass wir in der Gegner da sind Ähm, Halt, Schiff Zerschieß mal hier den vorderen Reifen 2, auf unsere Position folgen, auf unsere Position folgen zu Fuß Und alle, ich glaube, wir haben auf der rechten Seite, vor dem vordersten, haben die noch Leute in den Häusern Alpha 2.3, links von euch Linke Flanke flogen, 2.3 So, verstanden Im Nordwesten noch vermutete Flanke anhalten Okay, was hab ich aus dem Rollstuhl, muss man hier abbrechen Ja, nochmal zur Information hatten im Mix Haben wir ja einen kaputten Reifen, die wir gegebenenfalls wechseln können Äh, und die Waffe ist alle Hilfe, mal jemand, die die bei sich Wir kommen, Berliner ist tot 12-4-1, wenn ich kann Ah, okay, so verstanden Okay, der ist tot Okay, bitte, der kommt Okay, bitte, der kommt Vom vordersten Hambi liegt noch einer drunter, wenn ihr habt, der tot ist. Der ist tot. Ja. Im vordersten Hambi ist keiner mehr, gell? Nö. Nö, ich hab's nicht. Okay. Seht eh kaputt, halb. Reifen weg. Achso, ganz vorne. Okay, da kann man. Okay, wie sieht's bei euch aus? Weiß jemand, wo das herkommt? Ich glaube auch, viel Trouble schon, der ist ein bisschen. Wir sitzen im schönen Abend, Blackhawk. Ich wollte nur... So verstanden. Berliner, wie viel seid ihr? Ein Pilot, zwei schützen. In's fünftel geschaut ungefähr. Wenn ihr wollt, könnt ihr reinfliegen und Luftunterstützung geben. So verstanden, ding rein. So, wo ist der, Sani? Hier, ich bin gerade befestigt, weil mit viel Luftfahrung zu bekommen. Jeder, der gerade nichts zu tun hat, deckt's, ne? Ja. Brenser? Brenser? Ja, ja, ja. Auf 12 Uhr ist der Sani, kommst du alleine hin? Spruch, ja. Ja. Ich bin aber schwer am Blut. Ja, ich hab dir schon mein Verbandspickchen reingedrückt. Ja, Taisy, sollst du mal da vorne gucken, ob da noch jemand wie geht? Ja, aber sei vorsichtig. Mach mal die Funzel aus. Ja. Kannst du laufen? Ich hab kein Problem, um da hinten hinzuleuchten. Ja, Taisy. Wär ich auch nicht. Der Blutkreis wird immer größer. Kann sein, dass ich jetzt gleich verblute. Ich kann im Ordnung, wenn man eine Bandage reingedrückt, soll ich? Nee, passt. Im First Ape ist der hier nie fertig. Nee, das kommt bei dir noch besonders, weil ich bei dir einen Fehler habe. Der bricht zwischendurch einfach ab und dann... Boom. Oh, sag ich mich in der Gegend haben, wie als Gana gut ist. Oh, was ist das? Das ist jetzt auch in der Entwicklung, ne? Ja. Ja, ja. Das war eben, ne? Das ist aber auch ein schrottiger Balken, jetzt ist der schon leer. Mensch. Ja, wenn er weggeht, muss trotzdem hocken bleiben. Der geht weiter. Du siehst bloß nicht. Der Grinser, da wird gerade die Priorität und beim andermal. Ja. Soll ich die, ähm, Frankwagen da hinten so positionieren, dass wir Deckung haben? Nee, noch nicht, lass mal. Alles klar. An alle achten dir Tracer, die auf den Hubschrauber zufliegen, ob die noch beschossen werden. Schussgeräusche aus Nordwesten. Hier Alpha, ein Echo, seht ihr irgendwelche Schüsse oder seht ihr, wo auch auf euch gefeiert wird. Bis zum nächsten Mal.